Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs zu einer klitzekleinen Special-Ausgabe, sozusagen Special für mich, weil ich gerade eben meine zweite GTX 580 eingebaut habe. Und diese zweite GTX 580 soll nach Möglichkeit dafür sorgen, dass ich konstant mit 50 FPS aufnehmen kann. Und ja, ich teste halt hier gerade jetzt mal ein bisschen fröhlich, wie denn? Aber nur ein bisschen fröhlich, wie das Ganze denn hier so aussieht. Und bisher muss ich sagen, hier, Kaspische Grenze ist ja eine der grafisch anspruchsvollsten, oder beziehungsweise hier wird die Grafikkarte am meisten gefordert. Das war natürlich toll. Und da ist es nun mal so, dass da ein Sniper durch die Gegend snapt und mich erschießt. Das ist doch schön. Ja, da ist es ja nun mal so, dass man hier dann, wenn Fraps mitläuft und in Full HD und all sowas, dass man dann ganz fröhlich mal auf unter 40 FPS droppt. Und ich habe jetzt hier gerade mal fröhlich die Aufnahme gestartet und es ist konstant bei 50. Ich sollte die Waffe wechseln, das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Aber egal, fahren wir erst mal ein bisschen hier fröhlich mit dem Jeep, mit dem Borgi durch die Gegend. Und wollen wir einfach mal so ein bisschen die Grafikkarten fordern. Und es bleibt konstant bei 50 FPS. Ich bin geil. Wenn es so weitergeht, dann komme ich auch gleich. Und dann muss ich natürlich auch noch fröhlich hier auf die Mikroruckler achten. Behaupte einfach mal, das Match hier ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Dende, ja, kann man ja mal machen. Dende, hier stehen keine Bäume mehr. So. Lauelf. Wo seid ihr denn, Jungs? Seid ihr beide tot oder was? Ja, das ist ja schön. Habe ich jetzt den Gedanken ausgesprochen vorhin, den ich begonnen habe. So von wegen Mikroruckler und so. Auf jeden Fall muss ich natürlich auch darauf achten, wie es so mit Mikrorucklern aussieht. Denn die gibt es normalerweise hier fröhlich bei SLI-Konstellationen. Also wenn man in zwei, äh, mit zwei Grafikkarten spielt, dann, äh, oh, das war ja ein guter Flug da gerade. Dann. Komm schon. Vielen Dank. So, Entschuldigung, tut mir leid. Komm, ich wieder vor. Ähm. Dann gibt es so ein Mikroruckler angeblich. Äh, vorhin habe ich schon mal ganz kurz gespielt. Und da ist mir das, meine ich zumindest, nicht aufgefallen. Jetzt, oh. Versuche ich gerade mal, wie es denn hier aussieht. Wieso stirbt denn der nicht? Oh. Nein. Monaco. Wieso seid ihr denn immer alle plötzlich hier auf dem Server? Ey, das ist doch echt zum Kotzen. Ich wollte hier einfach nur mal ein bisschen rumtesten, ja. Und schon kommen wieder die ganzen Fanboys. Klingt so doof, wenn ich das sage. Naja. Egal. Wuh. So. Mikroruckler, wo seid ihr? Naja. Egal. Euch interessiert es wahrscheinlich eh weniger, wie meine Hardware hier so aussieht. Insofern konzentriere ich mich jetzt hier ein bisschen aufs Spiel. Und werde dann einfach später, wenn das Ganze hier durch ist, werte ich einfach das Video aus. Da sieht man dann ja ganz gut, ähm, wo die Mikroruckler sitzen. Oder eben nicht. Wir lassen uns da überraschen. Beziehungsweise ich. Da war doch hier gerade auch gerade jemand, oder nicht? Ach, der ist schon tot. Hallo. 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 Da. Kann man hier zufällig durchschießen? Tatsächlich. Oh. Tanks gehen ja so schön schnell mittlerweile kaputt irgendwie. Ich habe zumindest das Gefühl, dass seit dem Patch das Ganze schneller geht. Insofern mal besser ein bisschen früher aussteigen. Oh. Haha. Noob. Au. Nein. Schön daneben gehalten. Ich muss auch dringend mal eine andere Waffe nehmen. Äh, die ist irgendwie nicht so schön. Gibt es hier denn auch irgendwas, was schön ist? Anpassen. Ausrüstung. Kurze Distanz. Mittel. Achtung. Das Einsatzziel ist nicht mehr in unserer Hand. Äh, Mittel. 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 Die mag ich ja nicht so mit den großen Magazinen. Mittel. Zubehör. Laserpointer. Taglight. Schalldämpfer. Magazinerweiterung. Dann nehmen wir doch einfach mal das hier so. Holo. Zweibein. Frontgriff. Zurück beitreten. Und... Die wie... Die wie Dirk-Spitze. Okay. Mal gucken, ob das was wird. Wieso sterben denn hier Menschen? Was? Hier war doch gerade noch einer, oder nicht? War nicht gerade noch jemand? Hallo? Ein jetzt. Markieren nicht möglich. Schade. Nicht so lange warten mit Zielen. Da habe ich gedacht, okay, der sieht mich nicht. Da... Lass ich mir einfach mal ein bisschen Zeit. War eine schlechte Idee. Fuck. Füg. So ein Füg. Ähm. Bergspitze? Bergspitze. Oh. Rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Wir haben einen feindlichen Sniper in eurem Einsatzgebiet gesichtet. Oh. So läuft denn der... Nein! All stopp! Nein! Uah! Na ja, gut. Sein linkes Ei habe ich mir abgeschossen. Das ist ja schon mal wat. Zumindest vermehren können sie sich nur noch zu 50%. Bergspitze. Komm, 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 komm. Hallo? Wo bin ich? Wo bin ich? Hey! Wat, wo? Ist ja eine sehr genaue Waffe. Au. 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 Ähm. Ja. Wo war der? Wo ist denn dieser Monchichi die ganze Zeit? Ständig tötet der Mensch mich. Schlimm. Anpassen. Aussehen. Waldmuster. Hier müssen wir doch nochmal ein bisschen gucken. Kann ich denn hier nicht irgendwie... Techlight, Mündungsfeuer, Schalldämpfer. Nein, hier war einfach mal ein Schalldämpfer. So. Haben wir hier irgendwas Interessantes am Start? Einen Tank. Der muss nach vorne. So, dann zieh mal jetzt hier. Wieso werde ich eigentlich blau angezeigt? Weil ich in Camp Squad bin. Äh. 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 Beitreten. Läuft. Weiter spielen. Jetzt. Jetzt ist er am Start. Jetzt ist er richtig am Start. Ganz knapp daneben. Da ist der schon down. Der scheint schon down zu sein. Das ist gut. Kann ich mich um was anderes kümmern. zum Beispiel mal eben die paar Pünktchen bei C abholen. So. Nein. Wieso kann ich denn dem nicht einfach mal ins Gesicht schießen? Aua. Hier sind deine Kugeln, Mark. Oh. Nein. Ich habe meine meine Maustastenbelegung habe ich ein bisschen anders gemacht und dadurch ja jetzt halt C4 da wo vorher das Messer war. Ist doof. Antenne Wald Wald Aua. Verdammt. Mann. Mann. Das finde ich voll gemein von euch. So Rinder und höpp und zack. Zieh durch hier. Mein Freund. So wohin denn? Ich würde vorschlagen einfach mal fröhlich mal wieder hier bei C waren wir ja lange nicht. nicht mehr. Zack. Oh. Eigentlich wollte ich schon ein bisschen früher aussteigen. Die ist nicht ganz aufgegangen. Uah. Was ist hier los? Ah. Verdammt. Nein. Nein. Stopp. So. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Achtung. Wir haben das Einsatzziel verloren und angesiedelt. Oh. Hier kommt doch bestimmt gleich jemand. Halt du. Alter. Naubere Arbeit. Ist eigentlich möglich. Nimm die Munition. Achtung. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper. Rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Wie schlecht. Und er ist trotzdem gestorben. Das war glückmüchte ich behaupten. So. Keiner da. Ist jetzt keiner zu sehen. Heißt nicht, dass keiner da ist. Man weiß ja. Ich sterbe. Auch mal ganz gern, wenn niemand da ist. Und wenn man zu sehen ist. Die bescheidigen genommen. Sehr gut. Ja. Doch. Da war doch. Oh. Oh. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ei. Ein Sniper. Ei. Oh. So. Haben wir es doch geschafft. Wie steht es? Wir gewinnen, wie es aussieht. Oh. Ei. Wieso von hinten? Was kann nicht sein? Und wo denn? Ah. Ah. Von da oben? Was? Kann doch kaum sein. Kannst mir jetzt nicht erzählen. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich. Er ist tot. Dann mal schnell noch ein paar Pünktchen abholen. Ich hoffe zumindest. Ah. Verdammt. Das wurde natürlich nichts. Tauber. Hebt auf. Okay. Keiner mehr da. Wie es aussieht. Doch. Hier vorne ist jemand gestorben. Boah. Ist das ein Sniper? It seems to be a Sniper und, äh, Antenna. Deshalb werde ich einfach mal jetzt nicht hier stehen bleiben, sondern, äh, fröhlich rennen. Gucken, kann mir irgendetwas markieren. Ne, aber da oben flattert doch jemand rum, oder? Au. 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 Ja, komm. Auf. So. Gucken, von wo er kommt. Von links oder von rechts. Ich tippe mal eher auf. Er bleibt da liegen und wartet einfach. Ah, das war ja klar, dass ich genau da wieder nicht hingucke, wo er kommt. Immer das Gleiche, ey. Christi-Krise. Da kriegst du die Krise. So, dann machen wir was anderes. Und zwar folgend. So, Leutchen, es kommt jetzt mal her. Ich teste mal gerade hier. Vielleicht wird es ja heute Sniper-technisch ausnahmsweise mal etwas besser. Sniper? Hallo. Niemand zu sehen. Doch da hinten, aber der ist ein bisschen zu weit weg. Verdammt, wo lag denn der Sniper? Moment, dahinter habe ich mich versteckt. Also muss der da irgendwo sein. Äh, dort. Oh, das war jetzt so nicht vorgesehen. Ah, kann ja mal passieren. Habe ich zu früh abgedrückt. Abgeschossen. Halt, Stopp. Na, das wäre auch zu schön, nicht wahr? Vor allem ich als Sniper-Profi. Hup. Ah. Ich sehe dich. Nein. Verdammt. Verdammt. Oh, zu tief. Nein, bleib doch stehen. Ah. Ach, Mensch, Leute. Es wäre doch echt mal schön, wenn ihr einfach mal ein bisschen chillen würdet. Und mich einfach mal machen lassen würdet. So schön, so mal eben. Kurz. Ein paar Schüsse im Kopf setzen. Ah, da. Okay. Jetzt aber. Läuft. So. Er kommt da. Oh. Das war ganz knapp daneben. So, wobei er natürlich jetzt höchstwahrscheinlich den Menschen, den ich da gerade weggeschnitzelt habe, der wird höchstwahrscheinlich jetzt gleich mal ein bisschen fröhlich auf Knastijagd gehen. Aber das ist ja nichts Schlechtes, ne? Ähm. Ähm. Okay, da ganz hinten. Wir haben das Einsatzziel erobert. Da ist jemand und bei D ist auch jemand. Ups. Das war der falsche Knopf. Da ist es natürlich geil. Schon wieder der falsche Knopf. Was ist denn hier los? Das ist natürlich geil, dass da direkt die Bäume davor sind. War da nicht gerade jemand? So, da fällt dann jetzt gleich was, ne? Wir haben einen feindlichen Rät in eurem Einsatzraum gesichtet. Achtung, Achtung. In eurem Operationsraum ist ein feindliches Fahrzeug. Over. So. Ja, das ist der Wahnsinn. Wie viel hier so los ist, Mensch? Wieviel brauchen wir denn noch? Siebzehn. Gut, dann werde ich mich immer noch ein Stückchen weiter nach vorne trauen. Und dann... Ist auch Schluss. Mit Loadsditch. Verdammt, ich muss mir Emma irgendwie noch auf die Maus legen. Es ist bekloppt, umzugreifen, während man zockt. Während man läuft. Hallo? 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 Niemand da. Na gut. Dann mal noch schnell ab zu A. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Pünktchen. Elf noch. Müsste eigentlich noch machbar sein. Hallo? Irgendjemand zu sehen? Nö. Punkte. Zack. Und flop. Wieso schießt man eigentlich immer, wenn man aussteigt? Habt ihr das auch? Oder liegt das irgendwie an mir? So. Das war jetzt hier mal so eine kleine Testrunde für meine zwei Grafikkartösen. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich weiß gar nicht, was die alle Leute immer so haben. Von wegen SLI ist Kacke. Und rausgeschmissenes Geld. Also für mich läuft das Spiel jetzt extrem flüssig. Und ich habe keine Mikroruckler gesehen. Aber ich teste das natürlich noch weiter. Denn ich möchte mein Geld auch nicht beim Fenster rausschmeißen. Also bis zum nächsten Mal und Tschüss.